So. Jetzt ist natürlich die Überlegung, das hier auch alles mal wegzumachen, eine Steinwand draus zu machen, dann jetzt auch dieses komische Erdpinöpelchen weg, dass er die Ewigkeiten hier von unserer Garage hängt. Ja, warte. Das kann man natürlich so nicht lassen. Das sieht ja schön scheiße aus. Also überlege ich mir aber, ob ich das wirklich stabil bauen muss oder ob ich das dann einfach anstreiche. So. Das gefällt mir jetzt natürlich so auch nicht mehr. Ja, das ist halt jetzt auch Alvain hier unten. Außer... Außer natürlich, ne? Gibt da ja noch eine Möglichkeit. Da könnte mir übrigens was sein, was ich seit langem mal wieder machen könnte. So, dann war ich schon noch stabil. Zack, zack. Du kommst nochmal weg. Entschuldigung. So. Da muss jetzt noch eine Fackel hin. Das ist natürlich jetzt auch so lassen, ne? So schön offen lassen. Weil wenn die von da oben runterfallen, werden die es glaube ich nicht hier auf den Sims schaffen. Und darum könnte ich natürlich hier auch wenigstens ein Zäunchen hinstellen. Wie sind denn das? Zwei, zwei, drei, vier. Fackel brauche ich auch noch. Und... Ach, guck. Ach, guck. Die Dreckschweine. Ja, danke. Damit weiß ich auch, wo sie... Wie sie hier reingekommen sind. Ja, diese Kackhöhle da oben. Ich sag doch, da würde dringend was machen. Da haben die sich hier durch die Decke geschlagen. Sind dann hier den Gang lang. Okay, okay. Dann sind wir wieder unten in den Turm rein. Die Wichser. Sobald mal wieder was durchschauen. So. Stacheldraht nehmen wir mit. Spikes nehmen wir mit. Dann können wir oben auch gerade reparieren. Die Erde kann immer weg. Und auch Stein. Also, wir haben zu schnell gedreht. Und das da. Da müssen wir auch bald immer ganz dringend neu produzieren. Die... Verhalte ich nochmal zum... Helm. Stüffel. Hose. Das ist das Dauerzeug, das ich mitnehmen will. Das will ich auch nochmal behalten. Das muss nach oben. Das muss nach oben. Das kehrt mir. Das ist okay. Die Werkzeuge. Die waren hier. Da habe ich noch an Munition. Die geht mir langsam aus. Wenn ich jetzt nicht bald immer wieder auf Schatzhure gehe oder so, wird es eng. So, was wollte ich denn doch? Was wollte ich denn noch? Hier wollte ich nichts mehr. An der Baukiste habe ich gesagt, nehme ich nochmal Pinsel und Fab mit. Und... Ja, ich komme gleich. Oh, mal sehen. Könnte zu viel sein, aber ist egal. Jetzt laufe ich hier hoch. Ich habe hier gar nicht das, was ich will, weil es nämlich schon nichts mehr hier ist. Hahaha. Stepp. Ich habe hier auch umgezogen. Ich hätte ja gar nicht hier hochgemusst. Ich lauschen. Das, was ich eigentlich wollte, ist gar nicht mehr da oben. Ich muss, wollte mal was für die Stormy not tun. Da, gut. Jetzt war ich schon fertig. Danke. Ja. Das Zeug, das hätte ich jetzt oben bei der Gelegenheit liegen lassen können. So, was wollte ich denn jetzt? Egal. Hier. Zack. Ah, das funktioniert ja nicht. Ach ja. Goldenrod zieht. Die beiden einfach. War auch gut. Hoppla. Durchgepackt. Den da wollte ich. Da pflanze ich mir einfach hier so ein bisschen heck an die Seite, ist doch auch hübsch. So. Jetzt füge ich da wieder irgendwo eine blöde Schreierin rum. Die haben sich hier... ...unten... ...irgend... Hier. Hier. Guck dir das an, die Tricks-Schweine. Hier sind sie dann reingefallen und hier haben sie sich reingeschlagen. Die sich als tiefer hier in den Berg hauen, diese Penner. Hier haben wir schon alles kurz und klein gelegt. Und hier kommt sie auch rum. Und hier haben sie auch schon... Ja, überall haben wir hier schon... ...den Zugang zu meiner Garage freigelegt. Vor allem diese blöden Schreierin, die alles kurz und klein hauen immer. Jetzt ist nur die eine war, die ich da eben gehört habe. Die wurschtelt irgendwo oben rum. Da war ich... ...die Deppen. Wenn das nicht wäre, dann wäre hier alles so Friedrich... ...Friedrich. Ach, wäre das Friedrich hier, du? Das wäre alles so Friedrich, wenn Gerda nicht wäre. Der hat das überlebt. So. Dann hier auch Stacheldraht dabei. Dann können wir den nochmal wieder anbringen. Spikes haben sich auch mitgenommen. Spikes. Stepp da hin. So, dann brauche ich mir hier ja keine Sorgen machen, dass sie hier eventuell über die Spikes auf meine Mauer gesprungen sind. Sind sie eindeutig nicht, sie kamen wirklich von innen, die dreckigen Dreckbacken. Gut. Dann haben wir auch das. Jetzt war ich gerade mal, mein Winterplatz ist noch groß genug. Was ganz anderes, das ist mir nämlich jetzt auch gerade eingefallen. Jetzt habe ich noch ein Holz, halt auch weniger. Ist doch alles okay, ne? Bei der einsamen Viechte. Ich war nämlich lange nicht mal beim Gemüserad, ist mir gerade aufgefallen. Und dann könnt ihr mal, auch mal wieder eine Ernte einfahren. Mir geht auch bald die Farbe aus. Und, ja gut, Essen. Ich bin noch. Da hat dein Wolf geholzt, der uns kehrt. Ja, Timo, du spielst No Man's Sky, ich habe es doch mitgekriegt. Ist doch gut, jetzt musst du dich mir allzu aufdrängen. Wenn ich da drüben auch mal holzen gehen, holzi holzi holz, um auch mal wieder holzi holzi holz zu haben. Das ist nämlich echt arm geworden. Natürlich wahrscheinlich wahnsinnig wenig Erde einstecken, genau genommen gar keine. Den Fehler machen wir ja immer wieder gerne. Zu vergessen, dass wir hier Erde brauchen. So, wie viel sind das denn noch? Wenn ich mir das so angucke, sind das noch sechs Stück. So. 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 So.